Herzlich willkommen zu dieser Videobesichtigung von Marquard Immobilien. Wir sind Immobilienmakler aus Bad Kissingen und haben uns auf den Verkauf von Immobilien spezialisiert, überwiegend in der Region Bad Kissingen im Umkreis von ca. 100 km, also Richtung Fulda, Bad Neustadt, Würzburg, Gemünden am Main, Schweinfurt, über Schweinfurt raus, Schwebheim runter, Geroldshofen, Richtung Knetzgau, Richtung Bamberg, ungefähr eine Stunde Fahrzeit, 100 km um Kissingen. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich hierbei um ein Trailer-Video, das heißt, ich sage es zum Objekt, was wir heute haben und wenn es für Sie interessant ist, gehen Sie auf unsere Webseite, schalten sich das vollständige Exposiv frei. Wie immer bei unseren Videos handelt es sich hierbei um ein 360-Grad-Video, das heißt, Sie haben die Möglichkeit, während des Videos die Ausrichtung der Kamera in alle Richtungen zu drehen. Sie können mich anschauen, so wie es jetzt voreingestellt ist, Sie können aber auch in die anderen Richtungen schwenken. Sie können zum Boden schwenken, dann sehen Sie den Parkett, Sie können nach rechts schwenken, dann sehen Sie im Endeffekt hier aus dem Fenster, aus dem Balkon, links ist noch ein Balkon, Sie sehen hier diese verkleidete Holzwand, einfach die Kamera schwenken und Sie können sich alles anschauen. Bei der Vollversion gehe ich dann durchs Objekt und zeige in die Wohnung und Sie können im Endeffekt sich vorab alles anschauen. Was ist noch interessant? Was haben wir heute? Wir haben eine Wohnung in Schweinfurt, also wir befinden uns in Schweinfurt, ich sage einfach mal in der Nähe vom Leopoldina Krankenhaus, das wird den meisten Schweinfurtern ein Begriff sein. Wir befinden uns in einem großen Mehrfamilienhaus und wir haben eine Wohnung zu verkaufen, das ist eine Zweizimmerwohnung, also zwei Zimmer, Küche, Diele, innenliegendes Bad und Abstellraum. Ich befinde mich jetzt hier im Wohnzimmer, im Wohnzimmer ist Parkett verlegt, dann haben wir im Endeffekt einen Balkon, eine Lodgia, da können Sie vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer rausgehen und dann haben wir auf der Seite um 90 Grad versetzt in der Himmelserrichtung nochmal die Möglichkeit, das sehen Sie auch, wenn Sie die Kamera schwenken, vom Wohnzimmer nach draußen zu gehen auf dem Balkon, eine Lodgia und dann das Gleiche auch nochmal von der Küche. Zwei-Zimmer-Wohnung, diese Zwei-Zimmer-Wohnung hat einen barrierefreien Zugang, das heißt, Sie kommen barrierefrei ins Haus rein, können dann mit dem Aufzug hochfahren und dann im Endeffekt in die Wohnung rein, alles barrierefrei, ist ein großer Vorteil, es ist ein Kellerraum dabei, um ein paar Sachen abzustellen, also so ein Kellerabteil und wir haben noch einen Pkw-Stellplatz, ja, also im Endeffekt so ein kleines Paket, Stellplatz fürs Auto, Kellerraum zum Abstellen, Zwei-Zimmer-Küche, Diele-Bad, alles dabei, was man braucht, Lage ist gut, Anbindung ist gut, zentral in Schweinfurt, bisschen west, Entschuldigung, östlich, östlich von Schweinfurter Zentrum gelegen. Die Wohnung ist verfügbar, Sie sehen es, die ist leer, das heißt, Sie können im Endeffekt das Objekt erwerben, können dann kurzfristig auch, sag mal, einziehen beziehungsweise renovieren, es ist renovierungsbedürftig, muss man dazu sagen, hier ist Parkett, in den anderen Räumen ist einfacher Fußboden, so Linoleumfußboden oder Teppichboden und es ist alles veraltet, das Bad ist veraltet, alles aus dem Ursprungsbau, ja, also man müsste ein bisschen renovieren, damit es ansprechend ist. Ist natürlich jedem selbst überlassen, wie umfangreich man das macht. Die Wohnung ist geräumt, die ist leer, sofort verfügbar, wie gesagt, wenn das für Sie interessant ist, gehen Sie auf unsere Webseite, schalten Sie sich das Exposé frei. Wenn unser Marketing für Sie interessant ist, weil Sie was verkaufen wollen, weil Sie auch überlegen, Ihre Immobilie zu verkaufen, umziehen wollen, irgendwas in Ihrem Leben ändern wollen, dann kommen Sie auf uns zu, wir sind auch deutschlandweit tätig und können Sie durch unser Marketing mit den Videos etc., was wir anbieten, dabei unterstützen. Die Vorteile, die es bietet, kann ich Ihnen gerne persönlich erläutern. Wenn das Objekt nicht passt, Sie aber dennoch immer wieder informiert werden möchten, weil Sie weiterhin suchen, eine Wohnung oder ein Haus, vor allen Dingen zum Kauf im Raum Bad Kissingen, Schweinfurt oder dem Umfeld, dann haben Sie die Möglichkeit, unseren Kanal zu abonnieren, weil wir im Endeffekt von jedem Objekt so ein Trailer-Video erstellen und dann kriegen Sie das immer automatisch mit durch den neuen Trailer, sehen schon durch unsere Vorstellung, um was es geht und können dann entscheiden, ob das passt oder nicht. In dem Sinne bedanke ich mich erstmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich das Trailer-Video kurz anzuschauen. Ich mache jetzt die Vollversion, geht gleich mal durch die Wohnung durch, zeigt noch was dazugehört, Aufzug, es gibt auch noch einen Fahrradkeller und einen extra Waschraum, obwohl ein Waschmaschinenstellplatz in dem Badezimmer mit vorhanden ist. In dem Sinne erstmal vielen Dank und viel Erfolg bei der Suche nach einer passenden Immobilie. Vielen Dank. Vielen Dank.